Druckt euch die Noten aus, ladet sie runter und stellt sie euch aufs Notenpult, dann könnt ihr mitspielen. Die Polka ist ein Ohrwurm und ihr könnt euch die Melodie sehr leicht merken. Wir lernen zuerst die rechte Hand, der Daumen liegt auf dem C. Nochmal zuhören. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 5. Spielt mal in der Luft mit den Fingern mit. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 5. Wir spielen es etwas langsamer von vorne. C, D, I, F, G, 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 F, E, F, F, E, D, C, E, G. Und noch 2 mal von vorne. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, und ein letztes Mal. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3. Ich spiele weiter in der zweiten Zeile. Sie ist fast gleich. Nur der Schluss. C, E, C, die zweite Zeile zum Mitspiel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 1. Nochmal die zweite Zeile. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 10, 10. Gut. In der dritten Zeile beginnt die Melodie mit dem Ton A. Ihr spreizt die Hand etwas, sodass der kleine Finger auf dem A liegt. A, 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 G, F. Der vierte liegt jetzt auf dem G. Und der vierte wieder aufs F. Einmal zum Mitspielen. Denn der fünfte Finger liegt auf dem A. 5, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 2. Jetzt ziehe ich die Hand zusammen und gehe mit dem vierten Finger wieder aufs F. In meine normale Grundstellung. F, F, E, D, C, E, E. Und die letzte Zeile beginnt wieder fast wie die dritte Zeile, endet aber mit einem Schluss. Fünfte Finger auf A. A, E, F, E, F, E, vierter Finger rückt auf F. F, E, 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 C. Nochmal die letzte Zeile. F, E, E, F, E, 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 F, E, E, F, E, F, E. Klatscht in die Hände oder klopft auf das Holz. Ich klopfe auf das Holz, weil ich mit der anderen Hand spiele. Eins, zwei, eins, zwei. Und ihr klopft immer weiter. Bis dahin, voll vorne. Ihr greift jetzt den C-Akkord und wir spielen die Akkorde. Eins, zwei, eins, zwei. C. B7. C. Ihr spielt nur Akkorde. G7. Ja, nochmal von vorne. Ich spiele die Melodie, ihr spielt nur die Akkorde. Und C. B7. C. C. B7. C. Gut. In der dritten Seile spielt die rechte Hand das A. Jetzt kommt der neue Akkord, der F-Akkord. Achtung, ihr spielt den F-Akkord. Eins, zwei. F. F. C-Akkord. G7. Und C. Jetzt die Lige beginnt wieder mit F. C. F7. Und C. Nochmal die dritte und die vierte Zeile. Beginnen mit dem F-Akkord. F. C. B7. Und C. F-Akkord. C-Akkord. F. G. Ja, da habe ich versprochen, im viertletzten Takt, das war gerade der G7. Gut gemacht. Wenn ihr soweit seid, können wir jetzt beide Hände miteinander spielen. Und wir spielen von vorne langsam ein Ball miteinander. Eins, zwei, eins und go. Links E7, rechts F, und wieder C-Akkord. Zweite Zeile C-Akkord. Jetzt links der F-Akkord. Der kleine Finger geht zum A in der dritten Zeit. C-Akkord. G7. Wieder F-Akkord. C-Akkord. G7. Gut gemacht. Spielt das so oft, bis ihr die Polka wirklich freundlich und schnell spielen könnt. Zum Abschlussspiel lese ich sie euch noch einmal vor. Eins, zwei, eins, zwei. Gut gemacht. Jetzt noch einmal vor. G7. Bundesrat. G7. 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 W7. G7. 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 Gut gemacht. Ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Musikstunde.